Der Bienenfresser gehört zu den buntesten und unverwechselbarsten Vögeln in Deutschland. In diesem Video wollen wir den auffälligen Vogel mal genauer unter die Lupe nehmen. Los geht's! Starten wir wie immer mit dem Aussehen. Bienenfresser werden 25 bis 29 cm groß und sind unverwechselbar bunt gefärbt. Sie haben eine gelbe Kehle, eine schwarze Maske und eine türkisblaue Unterseite. Auch die Flügel sind sehr farbenfroh gefärbt. Ihr Schnabel ist lang, leicht abgeworfen und schwarz. Im Flug ist ein Schwanzspieß zu sehen, der aus verlängerten, mittleren Schwanzfedern besteht. Bienenfresser sind wärmeliebende Vögel, die in sonnigen, warmen und offenen Landschaften vorkommen. Zum Brüten benötigen sie Steilwände, die sie zum Beispiel in Weinbergen, Kiesgruben und auch ehemaligen Tagebauten finden. Verbreitungsschwerpunkte in Deutschland sind Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und auch Sachsen. Mittlerweile gibt es aber in jedem Bundesland Deutschlands mindestens eine Kolonie. Bienenfresser sind nur im Sommer bei uns. Etwa von Mai bis in den September hinein sind sie in Mitteleuropa, bevor sie dann wieder in den südlichen Teil Afrikas zum Überwintern fliegen. Namensgebend für den Bienenfresser ist seine Nahrung. Neben Bienen ernährt sich der bunte Vogel von allerlei größeren Fluginsekten, wie Hornissen, Schmetterlingen, Libellen, anderen Hautflüglern, aber auch Heuschrecken. Von einem Ansitz aus erspähen sie ihre Beute. Dann fliegen sie eine kurze Runde und erbeuten das Insekt. Wenn die Vögel wieder zurück sind auf ihrem Ansitzast, werden sorgfältig alle unverdaulichen Teile wie Flügel oder auch Stachel entfernt, bevor die Beute dann in einem heruntergeschluckt wird. Manchmal wird auch dem Weibchen, zur Paarung, zur Balz, auch ein Brautgeschenk übergeben. Bienenfresser brüten eben, wie schon gesagt, an Steilhängen. Dort graben sie eine ein bis zwei Meter tiefe Röhre in die Abbruchkante, an dessen Ende sich eine Nesthöhle befindet. Der Bau der Röhre dauert etwa zwei bis drei Wochen und neben den fertigen Röhren befinden sich meist noch weitere angefangene Baustellen an der Steilwand. Bienenfresser sind Koloniebrüter und teilen sich die Steilwand gerne mit anderen Brutpaaren. In der Brutröhre werden in der Regel fünf bis sieben Eier auf den nackten Höhlenboden gelegt, die meist gute drei Wochen bebrütet werden. Meist fliegen gegen Ende Juli die ersten Brutvögel aus. Anders als bei vielen anderen Vögeln findet nur eine Brut pro Jahr statt. Bienenfresser sind zwar meist nur lokal verbreitet, dort dann aber nicht besonders selten. Man geht in Deutschland zwar nur von wenigen tausend Brutpaaren insgesamt aus, allerdings breitet sich die Art scheinbar sehr stark aus. Erst in den 1990er Jahren wanderte die Art wieder von Süden nach Deutschland ein und hat sich gerade in den letzten Jahren noch einmal erheblich ausgebreitet. Es ist anzunehmen, dass der Bienenfresser stark vom Klimawandel profitiert. Wir widmen uns nun noch den Lautäußerungen des Bienenfressers. Bienenfresser sind sehr ruffreudig und geben einen weichen rollenden Ruf von sich. Das soll es auch schon wieder zum Bienenfresser gewesen sein. In diesem Video war ich auf der Suche nach dem Bienenfresser live draußen und ich war sehr erfolgreich. Und in diesem Video erkläre ich dir den Unterschied zwischen Sperber und Habicht. Ich danke dir fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.